Die Trauer um die Opfer des Bombenanschlags in Beirut bestimmt am Tag nach der Bluttat die Stimmung in der Stadt. Unter den Toten ist auch Geheimdienstfunktionär Wissam al-Hassan. Er, dem der Anschlag aller Wahrscheinlichkeit nach gegolten hatte, sollen nun an der Seite von Ex-Ministerpräsident Rafi Kariri im Zentrum von Beirut begraben werden. Hinter dem Anschlag wird Syrien vermutet, da al-Hassan an Ermittlungen beteiligt gewesen war, die frühere syrische Anschlagspläne im Libanon aufgedeckt hatten. Wenn man sich die Aufdeckung der Pläne und das Geschehen vom Freitag ansieht, ist es nur logisch, eine Verbindung zu sehen. Wir wollen den Untersuchungen aber nicht vorgreifen, so Ministerpräsident Najib Mikati. Rafi Kariris Sohn Saad forderte die Libanesen auf, zahlreich bei der Beerdigung al-Hassans am Sonntag zu erscheinen. Ministerpräsident Mikati bot aufgrund der Nähe seines Kabinetts zum Assad-Regime seinen Rücktritt an. Präsident Michael Suleyman lehnte das jedoch ab. Am Abend versammelten sich Demonstranten vor dem Regierungsgebäude und protestierten gegen das syrische Regime.